ich liebe meinen job ganz besonders käse das ist für mich was ganz besonderes mit den kunden eigentlich sind es ja keine kunden das sind ja unsere gäste unsere gäste zu verwöhnen mit unseren gästen eine reise zu machen durch unseren käse dreh österreich mein thema heute halt eben die rebellen das ist eigentlich mein lieblingsthema weil es so viele wahnsinnige verschiedene sorten gibt die wohlschmeckend sind ich habe ein rezept mitgemacht aus österreich hier habe ich die kräuterkruste genommen die höhlich aus da mache ich dann eben verschiedene käsesorten rein dann kommt den ofen 20 minuten ja wir haben regelmäßig haben wir kochen mit käse das ist mit kunden wir zeigen ihnen wie sie schnell aus käse ein essen auf den tisch bringen können es gibt einen kunden einen kleinen süßen kunden der ist fünf jahre alt und der ist für sein leben gerne heuer rebell und er sagt auch tante ich möchte so gerne eine scheibe heuer rebell darf ich das ist so niedlich und das ist der ist das so mit leidenschaft meine leidenschaft hat sich angefangen vor 13 jahren als ich bei der riva angefangen habe da habe ich kaum käse gegessen und eine käsetrainerin die hat mich dann dafür von herzen würde ich mir mehr platz wünschen für käse viel viel mehr platz weil käse ist wirklich das schönste produkt was es überhaupt gibt für mich